Rainer Hunold ist ein deutscher Schauspieler und Autor. Bekannt wurde er vor allem durch Hauptrollen in Fernsehserien wie Ein Fall für zwei, wie Pech und Schwefel, Dr. Sommerfeld, Neues vom Bülow-Bogen und Der Staatsanwalt. Leben Ausbildung nach seinem Abitur belegte Hunold zwar die Fächer Kunstpädagogik, Germanistik und studierte einige Semesterbildhauerei. Bald entdeckte er aber seine Leidenschaft für den Beruf des Schauspielers und ließ sich ab 1975 in Berlin für zwei Jahre an der Max-Reinhard-Schule für Schauspiel ausbilden. Film und Fernsehen Nach einer Nebenrolle als Portier in einem Autobahnhotel in einer Folge der Krimiserie Direktion City, folgte 1978 in dem Fernsehfilm Vorhang auf. Wir spielen Mord von Fritz Ungilter eine erste größere Rolle als Phil. In der Tatortfolge Zürcher Früchte spielte er neben Heinz Troike den Kriminalhauptmeister Wegner. Im selben Jahr hatte er als Kaliflau in dem 13-teiligen ZDF-Mehrteiler Ein Mann will nach oben eine der Hauptrollen. In Peter Keglevics Romanverfilmung Ein ungleiches Paar spielte er 1988 an der Seite von Diego Wallraff und Judy Winter. Hunold übernahm regelmäßig Gastrollen in zahlreichen Fernsehserien und Reihen. U. A. spielte er zwischen 1980 und 1986 in verschiedenen Rollen in der Krimiserie Der Alte. Es folgten weitere feste Serienrolle für Hunold, so U. A. Von 1988 bis 1997 in 89 folgen als Strafverteidiger Dr. Rainer Frank in der ZDF-Krimiserie Ein Fall für zwei, an der Seite von Klaus Theo Gärtner als Matulla. In der 17-teiligen Familienserie Wie Pech und Schwefel übernahm er von 1994 bis 1997 die Rolle des Parfümfabrikleiter Thomas Wissmann, das älteste von sechs Geschwistern. Von 1997 bis 2004 spielte Hunold den Arzt Dr. Sommerfeld in der ARD-Arztserie Dr. Sommerfeld, Neues vom Bülow-Bogen. In der ZDF-Krimiserie Der Staatsanwalt, deren Handlung in Wiesbaden spielt, spielt er seit 2005 an der Seite von Fiona Kurs den Oberstaatsanwalt Bernd Reuter. Zunächst startete die Serie mit dem Zweiteiler Der Staatsanwalt, Henkers Mahlzeit und Der Staatsanwalt, Glückskinder. In der Serie tauchen einige Anspielungen auf seine frühere Rolle als Rechtsanwalt bei Ein Fall für zwei auf. Soziales Engagement Rainer Hunold ist als Botschafter für die SOS-Kinderdörfer unterwegs. Er unterstützte in Deutschland die Aktionen »Sechs Dörfer für 2006« und »Gib mir fünf« und spendete schon mehrfach eigene Kunstwerke für die Auktion SOS-Kunststück. Er hat die SOS-Kinderdörfer in Eswatini und Indien besucht. Er unterstützt weiters den Verein »Gesicht zeigen« für ein welthoffenes Deutschland e. V., der sich bundesweit gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt einsetzt. Privates Rainer Hunold ist verheiratet, hat zwei Adoptivkinder aus Marokko und lebt in Berlin-Fronau. 2011 veröffentlichte er unter dem Titel »Ich bin nun mal dick«, ein Wohlfühlbuch ein Buch, in dem er für einen entspannten und souveränen Umgang mit Übergewicht plädiert. Auszeichnungen 1992 Adolf Grimme Preis mit Gold für Kollege Otto www.ing.org